Moin Leute, im ersten Abschnitt dieses Videos werde ich euch zeigen wie ihr auf Kronos Island, also im Cyberspace Rang S erreichen könnt. Und im zweiten Abschnitt werde ich euch zeigen wo ihr alle Sammelobjekte findet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.